Mahlung, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler als Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an Echtprofis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Anirolp und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar, wie man sehen kann, Super Smash Bros. Früher die Wii U. Oh mein Gott. So, ähm, ja, man kann schon an den Titel sehen, was das hier für ein Art Let's Play wird und zwar spielen wir online, hart auf hart. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich bis jetzt noch kein einziges Mal online gespielt habe und deswegen voll auf die Phrase krieg. Geil war. Oh Mann. Okay, weiß ich nicht, ich habe in letzter Zeit wieder so oft das Spiel gespielt, deswegen hatte ich jetzt mal ein bisschen Bock drauf. Und, ja, bevor ich hier noch reingehe, ein paar kleine Tipps, äh, Hinweise noch auf dieses Projekt. Ich werde das wahrscheinlich nur Samstag und Sonntag, wahrscheinlich kommt der erste Part hier am Sonntag, am 18, 19. glaube ich, müsste halt sein, heraus. Und der nächste Part wird dann wahrscheinlich Mittwoch rauskommen. Danach werde ich wahrscheinlich immer Samstag, Sonntag, Mittwoch machen. Und, ja, zu jedem Part werde ich irgendwie einen anderen Charakter nehmen, weil, ja, warum nicht? Und, ja, wir spielen hart auf hart, eins gegen eins. Und das wird wahrscheinlich ein richtiger Spaß, weil ich habe jetzt nicht so die Über-End-Erfahrung in dem Spiel. Falls ihr irgendwelche Tipps oder so haben wollt, oder so, wie man diesen Charakter spielen soll, dann schaltet besser ab. Weil, ich mache das hier nur zum Spaß und versuche irgendwie so gut wie möglich abzuschneiden. So, in diesem Part nehmen wir als erstes Captain Falcon, und zwar ein Pink, die einzig wahre Farbe. Sehr schön, freue mich schon. Wahrscheinlich bin ich übelst auf die Fresse. Aber wahrscheinlich tut man die Internetverbindung abschmieren, kennt man ja auch das Platon. So, der erste Gegner online, den ich hier bekämpfen werde. Es ist Shrek. Ja. Der erste Treffer, der gehört mir. Pff. Ja, man sieht schon. Ein bisschen am Längen ist er auch hier, muss man sagen. Aber der war gut getroffen. Oh, 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 oh. Okay, sehr hot. Hätt ich gesagt gedacht, ich bin ein bisschen schlecht abschließen. Aber geht noch. Das ist wirklich ein richtiger Leck hier. Ich glaube, der kommt damit auch nicht klar. BAMS. Das hat Sprungbehalt. BAMS. Sehr schön. Ja, musst du geben, ich habe mir halt so dieses Projekt so ein bisschen abgeguckt von einigen Player, die ja natürlich auch schon, und da völlig runter, nicht. Ja, mach der mich so einfach jetzt fertig. Leck mich. Und ich nachdem ich will das noch schaffen. Boah. Vor allem gegen Luigi. Da sehe ich jetzt eigentlich nicht so Probleme. Da müsste ich aber versuchen, ein bisschen zu konzentrieren, auch eigentlich. Ach ja, wie man hier jemanden, weil er nicht so, wie nennt man das, spiken kann, das wäre ich gar nicht erst versuchen, weil das kann ich nicht. Na, komm schon, hat's gut angefangen. Ja, hattest du wohl gerne. Ich versuchte mich, aber wirklich rauszuhauen. Das ist jetzt auch damit. Wenn man sieht, wenn man sich der Erfolg am Fingerkämpfe, so wie das aussieht, ich bin gar nicht immer getroffen. Ich habe jetzt angreifen können. Leck, ne? So, kann ich auch. Also, überhaupt Pro-Expert scheint er auch nicht zu sein, zum Glück. Da wird ja auch irgendwie hier so anders irgendwie geregelt. In dem Satz zu spüren und verloren, wer hat er erst gedacht. Ah, ah, schön. Aber egal. Weil ich meine besseren Internetverbindungen möchte ich noch schneller drauf gehen. Egal. So, ich möchte mal einen anderen Gegner jetzt. Äh, nein, ich möchte einen anderen Gegner, der trug mit mir so viel. So. Keine Ahnung, vom Ranking erscheint er auch ein bisschen so ausgeglichener verteilt zu sein. Ich muss jetzt hier nicht irgendwie gehen, weil sie nicht die Top 3 Leute irgendwie im Internet oder so kämpfen. Hoffe ich. Deswegen, ja, darf ich eine reale Chance haben. Während jetzt, wäre es natürlich nicht hier so ein Schof oder so, oder so ich Schumaro, aber egal. Ich würde halt ein bisschen online zocken, okay. So, wie die Internetverbindung ist schon wieder kaputt. Na, okay. Jetzt geht's. Ne, immer noch nicht. Langsam glaube ich, ich habe so eine richtig doofe Internetleitung. Also auch was anderes. Bei Hams hier. Aber Cut. Bei Hams. Wie wollte ich mich schlagen? Ich habe den mächtigen Ellbogen. Bei Hams. Bei Hams. Bei Hams. Nei. Na, wir würden mich rausschmeißen. Ey, wie die hat's? So gut schaffen mich hier rauszuhauen. nie war das geht damit muss ich mir jetzt das einmal schaffen ganz sehr schön nein das war der ofen aber auch nicht da gehe ich rein bei nein mich weggeklatscht bei uns hier bei uns hier schade ist auch echt umlegen es war nicht so geschaffen ein internet leitung für online kämpfer hat man es erst recht gedehnen verdammt war meister hat er mich noch hier weg aber war ich so in führung mir wusste ich hatte direkt zu schlagen will magi weg und weg ist es auch gewesen sein jawohl einmal gewonnen aber verloren einmal gewonnen kann ich weitergehen so ich kann nicht aber schön ich habe verloren das ist ja schön wo sehe ich überhaupt meinen rang kann man da sehen dass man irgendwo da kommt ein anderer ich will so gerne erst mal gegen jemand anderen spielen wenn es geht ich habe natürlich nicht so große auswirkungen irgendwie nicht irgendwie gebannt werde oder so keine ahnung ein bisschen doof weil ich so 20 minuten war so drei vier kämpfe und geil nochmal geiler erster partner muss doch nicht sein mann ich kann hierzu mal früh am projekt angefangen aber irgendwie war sie nicht ganz in einem großen netz player waren irgendwie am spart als das spiel angefangen hat deswegen ja und habe ich ihn dazu suchen und lucina leck probleme ja ich glaube schon dazu langsam das nicht gesehen erst im trailer ausgegangen ist das ist ja schon ein bisschen näher kommen lady und konnte haben wollte gerade in die fresse nein nein wenn wir springen traut mich gar nicht bei so einer verbindung nicht hier nein ich bin voll reingehast nein schon wieder jetzt konnte hat die mich hier weg ich mache irgendwie an der verbindung oder an mir liegt ganz ehrlich auf die brauche aus bitte knie waren es da knie verdammt deswegen hat es nicht funktioniert der noch gar nicht versucht mich zu werden kann hat sein ich habe ich gewarnt keine profi kämpfe ja sollte helfen lady das gibt es auch nicht bei uns aber geflickt in die andere richtung und auch ein konter mit kämpfen folgen haben mal bin ich immer bei der landung angestellte da schon wieder gibt es doch nicht tipps sind natürlich alle sehr hilfreich für so einen look wie mich deswegen könnte ruhig schreiben wie man vernünftig captain falken spät und was weiß ich natürlich kein problem ich will auch gerne zu lernen besser werden danke und tschüss nächster kampf denn ob das projekt gut ankommt ist ja nicht immer profis zocken kann auch mal hier kommen und versuchen was zu reißen auch wenn es nicht so schön aussieht ich bin einfach von der perspektive eines spielers beim zu bremst du hier bleibst du hier vielleicht sogar der controller soweit wollen wir gar nicht gehen weil ich spiele gerade mit dem pro control nicht so gut wie nie benutzt habe ich mir mit den pet dingen ist jetzt kämpft und ja damit die verlaut wird jetzt ein bisschen komisch aber wird schon gehen an nicht der bewohner ihn hat sich da habe ich immer mit einer bodenkugel raus ok ok noch mal show me moves auch immer jetzt ich kann nicht taunen zum teufel kampf ich würde sagen ich habe verdient gewonnen was war das was wollte er mir damit zeigen wer so seine gegner assistieren soll hat da kommt da jemand anders oder weil sie nicht ja die als die charaktere auch bei msn dazu wozu kommen naja ich möchte nicht noch mal gegen die kämpfe aber jetzt anders gekämpft hätte aber lassen hat muss jetzt nicht unbedingt noch mal sein er will mir als spiel damit sagen dass ich irgendwie es ist nach okay ich irgendwie mit solchen leuten gepaart werde erwarten dass mein rang zu tun aber trotzdem man sollten heißen nicht außerdem noch einer ja bitte mach nicht den gleichen ist wie der andere guckst du kämpfst ich sehe schon mal tuch vor bei uns war knapp Aua Weg mit dem Blumentopf, ey Pff, ausgewichen Ah Hat sich überhaupt schon mal jemand davon treffen lassen? Auf damit Auf damit Pff, einfach da durch BAM zum tschüss Oder war Ich merke, was er macht, er tut immer seinen Dings einsetzen und dann kommt er mit seinen Dings Eintal, ja genau den, seiner Schleuder Weg Weg Ich gebe der Kleingeld Ich habe mich den Grab noch nicht erwischt, aber Damit Nein, das wäre so geil gewesen Ja genau das Hi Na Sehr schön Mitten gegen die Wand geknallt und dann in den mächtigen Abgrund rein Schön Ah Weit nicht, ja okay Ein bisschen was kann ich schon Wie Glorak Wieso Glorak Okay, der ist aufheuer, aber trotzdem Der Käpt'n der ist ein Falken Ist noch mal Feuer als Glorak jemand sein kann Und noch niemand anscheinend Na loskommt Na loskommt Toll ist Okay Troll Jetzt weil ich volle Möhre, weil ich jetzt Gesamte Macht abbekomme von den Gegnern Oh no Oh no Gott Ich bin auch hier Verdammt Nicht getroffen war er gibt mir jetzt sehr doch oder jetzt trifft wie er zieht schon halbwegs professionell aus ein bisschen wie wie mein alter trick nicht weil darauf rein also klar muss auch nicht sein ich komme nicht daraus sie war endlich war ich sehe schon mal wieder vor Ort der verkappte dort bams und nein ja ich sehe schon da will ich auch wieder einen kampf machen ich war nicht noch mal drauf rein da warten wir was was fünf sekunden später passiert war nicht auf rein und mich schon so erledigen ist es schon schaffen nein 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 falsch verrichtung jetzt macht mehr schaden von wie höher du springst oder was nein jetzt bin ich dran oder und da werde ich auch mal schaffen ja nein noch ein bisschen jetzt macht er wieder hat sehr schön bin ich gut bin wirklich nicht darauf reingefallen sehr wohl ich lerne ich bin lernfähig ich wäre der nächste beste number one player so ein paar schafft man noch eine kampf meint so eine liederlage die kriegt man noch mehr ich glaube ich habe zweimal gewonnen und zweimal verlorene eigentlich hat dreimal gründen der eine zähne ja kann aber ich muss auch noch ein bisschen und eine erfahrung sammeln habe ich doch krieg da noch nicht im golden pink pink und weiß der pinke pauranger der weiße pauranger irgendwann wurden ja weiß warum mache machen und fast zusammen pink und was ist das gleiche mit dem power in das auskennt der weiß über was ich meine wahrscheinlich falk und spiel auch gern da habe ich nicht also man kann ja auch da geht so war nein das war gut wir haben hat eigentlich jeder angriff alles hat irgendwie priorität über kämpfaltungs angriff habe ich das gefühl auch gern jemanden gästen weiter war immer so klar bei hams ich habe heute noch nichts gegessen hallo ich hatte ich habe schon lange kein hühnchen mehr ich werde mal nix mit dem knie und tschüss also nicht und tschüss aber mir schon manchmal jetzt und tschüss sehr schön ich bin genauso schnell wie du ich brauche dafür keinen was er immer du benutzt dafür 1 der bein arbeit muskeln von denen sein bein handelt das ist nicht normal deshalb bin ich ein echter falken dreck der mein stiefel ins gesicht mal abgebrochen da habe ich muss irgendwie so versuchen mein gesicht ich meine wunderschönes gesicht das ist jetzt geht wieder auf der fresse man da hat er richtig geleckt da bekomme ich erst von spät mit wenn ich man habe ich war doch gar nicht angreifen und rein springen ja ein paar mal gewonnen das stimmt mich zufrieden so in der nächsten folge nehme ich einen anderen charakter und dann machen wir die ganze prozedur noch mal dann planen ja da ist ein plan oder gut dann würde ich sagen ich spende im part hier ich hoffe einigen gefällt das projekt wenn ihr könnt ja auch noch mal öfter reinschauen und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play super smash brothers für die video hart auf hart ich bleibe ich alle zuschauer sagt bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge